Also, ich glaube, das ist ganz was Tolles, was man machen kann, oder? Also gerade, man kann Menschen helfen, man kann ihnen wirklich helfen, oder? Also, ich kann Leute unterstützen, wenn sie krank sind und eben, wie gesagt, ich kann ihnen ein Sinnesorgan wieder zurückgeben und das ist einfach, also sicherlich das Schönste in meinem Beruf, ja. Willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Carola Gausterer, schön, dass Sie dran sind. Heute geht es wieder mal ums Thema Hören. Und zu Gast eine Frau, ist ja eine richtige Frauenstaffel, freue mich sehr, Dr. Astrid Magele. Sie ist HNO-Chirurgin für Hörimplantologie am Universitätsklinikum St. Pölten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Willkommen. Unser Podcast heißt Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Was bedeutet Hören für Sie? Hören ist für mich natürlich eines von den wichtigsten Sinnen. Man denkt ja oft darüber nach, was ist jetzt wirklich der wichtigste Sinn. Aber das Hören, da möchte ich ganz am Anfang gleich einmal einen Bekannten, den Immanuel Kant zitieren, der sagt, nicht sehen trennt von den Dingen und nicht hören trennt von den Menschen. Und ich glaube, das ist wirklich gut damit umschrieben und drückt das aus. Also für mich ist das Hören natürlich auch durch meinen Beruf bedingt eines der wichtigsten Sinne. In unserer dritten Staffel, ich habe schon gesagt, sind fast nur Frauen zu Gast. Das heißt, Sie sind die einzige HNO-Chirurgin für Hörimplantologie in Österreich. Respekt. Sie arbeiten in einem von Männern dominierten Berufsfeld. Wie geht es Ihnen dabei? Wie kann man das beschreiben? Welchen Herausforderungen ist man da? Bringt dieser Arbeitsalltag mit sich, wenn man nur mit Männern zu tun hat? Ja, also ich arbeite nicht nur mit Männern, weil ich bin ja auch normale HNO-Fachärztin. Wir haben viele weibliche Kolleginnen. Aber gerade in diesem speziellen Gebiet bin ich von Männern umgeben. Aber es hat eigentlich von Anfang an kein Problem damit gegeben. Ich bin gefördert worden. Ich bin ausgebildet worden zur Implantologin, eben von Männern auch. Manchmal sieht man schon, dass Patienten am Anfang ein bisschen skeptisch schauen und sich denken, mhm. Weil sie eine Frau sind? Ja, ein junges Mädchen, habe ich schon gehört, was für mich auch wiederum ein Kompliment ist. Aber die sind dann ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber wenn sie dann sehen, es passt mit der Aufklärung und so, die sind alle sehr, sehr lieb zu mir. Und wie gesagt, auch mit den Kollegen gibt es in der Richtung überhaupt keine Probleme. Trotzdem ist die Sprache zwischen zwei Frauen doch eine andere, stelle ich mir vor. Erstens die Sprache zwischen zwei Frauen, ja. Und auch, wenn wir jetzt wieder zu den Patienten dazugehen, auch manche stehen auch eher darauf, dass sie sagen, ich werde jetzt von einer Frau aufgeklärt. Ich werde auch von einer Frau operiert. Ja, also das haben sie auch ganz gern. Da wird oft so die Feinfühligkeit ein bisschen in den Vordergrund gestellt und auch die Nachbetreuung, dass sie sich da aufgehoben fühlen, also das hat auch Vorteile. Darf man sich da ein bisschen schwach fühlen als Patient? Vielleicht. Ja, wobei ich kann schon auch eine strenge Ärztin sein, gerade wenn es darum geht, wie schaut die Rehabilitation aus, wie schaut das Nacharbeiten von so einer Operation aus. Also ja, aber da sind viele Männer auch gewohnt, dass sie eine strenge Frau zu Hause haben und können sie ganz gut damit umgehen. Sie wollten ja eigentlich Kindergartenpädagogin werden, was ich sehr interessant finde, haben sich aber dann doch für die Medizin entschieden. Warum? Was ist da passiert? Ja, ich bin Kindergartenpädagogin. Was ist da passiert? Also ich habe die Ausbildung dazu. Das ist eine fünfjährige, höherbildende Schule mit Abschlussmatura und ich war eigentlich immer schon sehr sozial orientiert und wollte auch unbedingt mit Kindern arbeiten und je länger ich dann in der Schule war, habe ich gedacht, das ist mir eigentlich zu wenig, dass ich den Menschen helfen kann. Ich wollte immer Richtung Entwicklungshilfe gehen. Das war dann so mein großes Ziel mit 17 Jahren und da habe ich mir gedacht, eigentlich als Pädagogin Entwicklungshilfe, da kann man dann doch nicht so sehr helfen. Und die beste Möglichkeit, dann wirklich den Menschen zu helfen, ist dann doch die Medizin. Ja. Und das habe ich dann probiert. Also es war von Anfang an was. Da haben sich alle gedacht, naja jetzt Kindergärtnerin und dann ein Medizinstudium drauf machen. Das war relativ schwierig am Anfang für mich von den Vorkenntnissen, aber ich habe mich da durchgebissen und ich bin heute sehr froh, dass ich durchgehalten habe und wirklich den Weg gewählt habe. Man war das Umfeld sehr überrascht. Ja, auch meine Familie. Also bei uns gibt es keinen Mediziner zu Hause. Also ich bin da ganz wirklich als Einzige in die Schiene abgerutscht und das war am Anfang schon so, dass alle gedacht haben, naja, von der Kindergärtnerin zur Medizinerin. Aber ist ganz gut zu kombinieren auch und ich kann auch vieles nutzen, was ich da in meiner Ausbildung gelernt habe. Warum sind Sie HNO-Fachärztin geworden? Ich habe, also nach Beendigung des Studiums, das war damals noch die Turnus-Arztausbildung, wo man vier Jahre lang eben alle Bereiche durchmacht. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich irgendwas Chirurgisches machen wollte. Ich arbeite sehr gerne. Vielleicht hier auch wieder der Bezug zur Kindergärtnerin, die gerne basteln, Handarbeit werken. Also das ist eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht. Die Feinmotorik? Die Feinmotorik, irgendetwas mit den Händen zu machen, also dass man nicht nur so die Denkarbeiten übernimmt, sondern wirklich, dass man auch handwerklich sozusagen, Chirurgie ist ja auch in Handwerk tätig ist und dann war meine vorletzte Rotation in dieser Turnus-Arztausbildung war dann die HNO und da habe ich dann dieses breite Spektrum gesehen. Also wir haben Kinder zu behandeln, wir haben Erwachsene zu behandeln, wir haben wirklich Schwerkranke, also unsere Tumorpatienten sind mitzubehandeln, wir haben aber auch eben das schöne Fach wie die Ohrchirurgie, wir machen auch ästhetische Chirurgie, also wenn wir Richtung Nasenoperationen uns das anschauen und das hat mir so gut gefallen und das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wenn Leute jetzt in die Ambulanz kommen, man kann eigentlich so nach einer guten HNO-ärztlichen Untersuchung sagen, ja gut der Patient hat was, ich kann ihn gleich behandeln, wieder nach Hause schicken oder ich sehe auch relativ schnell, gut der hat was schwereres, den muss ich weiter behandeln, also das ist nicht so wie oft bei der Internen, wo man ewige Laboruntersuchungen braucht und Abklärungen, also das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich wirklich in der letzten Rotation dafür entschieden habe, beworben habe und da bin ich dann auch geblieben. Hörimplantologie, ein ganz, ganz spezielles Thema, wieso gerade dieser Bereich? Was ist das Faszinierende daran? Ja, das war ein bisschen zufällig, muss man sagen, also wir haben eine Assistenzarztausbildung in Innsbruck absolviert und wir sind da so in Forschungsgruppen eingeteilt worden und wir haben damals einen neuen Chef bekommen und der hat uns dann zugeteilt, also alle Assistenten mussten sich da einen Bereich nehmen oder zuordnen und ich bin dann eigentlich von ihm, ich habe vorher auch gedacht, ich gehe eher ein bisschen in die Ästhetik, das hat mir sehr gut gefallen, bin dann aber dort in diese Forschungsgruppe zugeteilt worden und da bin ich dann hängen geblieben. Bin ich auch sehr froh darüber. Also manchmal führt einem der Schicksal doch einen sehr guten Weg vor. Sie haben in fast ganz Österreich gearbeitet, sind glaube ich durch sämtliche Häuser getingelt. Innsbruck war dabei, Salzburg. Innsbruck, Salzburg, jetzt bin ich in St. Pölten gelandet, in Wien habe ich studiert. Wollen wir uns jetzt auf das Thema hören, auf diese Hörimplantologie ein bisschen konzentrieren, was sind genau Ihre Spezialgebiete? Also ich betreue die Patienten wirklich von Anfang an, also wir haben da eine Spezial-Sprechstunde, gemeinsam mit dem Team natürlich bei uns in der Klinik, von Beginn an, also wenn ein Hörproblem auftritt und dann gibt es natürlich auch ganz normale Ohrchirurgie, wo man Hörverbesserung erzielen kann und dann, wenn man sieht, einem Patienten kann so nicht mehr geholfen werden und kommt eben in die Richtung Hörimplantate, dann mache ich dann auch die Aufklärung, dann wird eben die Operation geplant, ich führe die Operation durch, die Nachbetreuung, die medizinische und dann wird der Patient ja von der Audiologie, Logopädie übernommen, um die Rehab durchzuführen, da habe ich dann auch noch immer Kontakt, aber natürlich nicht mehr so intensiv, aber man ist schon aneinander gebunden, wenn man einmal so einen Patienten hat, also dann verfolgt man irgendwie schon das weitere Leben auch. Es interessiert einen auch, oder? Sie behandeln auch sehr viele ältere Menschen, das große Schlagwort ist die Musiktherapie, über die wir auch noch sprechen werden und Bone Bridge. Was ist das? Wir beginnen mit der Musiktherapie oder Bone Bridge. Fangen wir mit der Musiktherapie an, die Sie fast schon ins Leben gerufen haben in St. Pölten? Ja, also es war nicht ich alleine. Also als Team? Genau, ja. Also wir haben eine einzige Klinik in Österreich, also Rehabilitation ist ja ganz ein großes Thema, das hat man eh schon gehört. Wird ein bisschen vernachlässigt? Ganz genau, ja. Nach einer Hörimplantologie? Ganz genau. Und viele Leute leiden ja sehr darunter, wenn sie Musik nicht mehr so hören können, wie sie es zuvor konnten. Und mit der Musiktherapie, also wir haben die einzige Musiktherapeutin, die nur für unsere Implantatpatienten zur Verfügung steht und die behandelt sie dann auf unterschiedliche Weise. Einerseits wird dann wirklich aktiv nachher Musiktherapie durchgeführt, bei allen, die es wollen. Einerseits wird das unterteilt in die aktive Therapie, das heißt, Sie können selbst musizieren und die passive Therapie, das ist, wenn Sie durch die Musik, durch Geräusche wieder zurück ins Sprachverstehen kommen. Aber das ist für Menschen, die schon mit Musik, die schon gehört haben, die schon mit Musik in Kontakt waren. Man muss keine musikalische Vorbildung haben, ja. Das ist, man lernt einfach im Rahmen von Musik noch, es ist ein bisschen spielerisch, wie da jetzt darauf vorbereitet wird. Also wie gesagt, man muss keine Vorbildung haben, aber alle Leute, die wir implantieren, ältere Formen, die müssen ja schon gehört haben vorher. Also wenn jemand völlig gehörlos war und das schon über mehrere Jahre, dann kann man ihn ja gar nicht mehr implantieren. Musik ist ja etwas ganz Wichtiges, begleitet uns in fast allen Lebenslagen. Wie sind da die Emotionen, wenn diese Menschen wieder etwas hören können, Musik hören können, in ein Konzert gehen können? Wie ist das? Also es ist wirklich faszinierend. Ich habe das Glück sozusagen, dass ich das Zimmer mit unserer Musiktherapeutin teile und die bekommen da sehr viele von diesen Einheiten mit, weil da immer ein Schreibtisch drinnen steht. Und es ist wirklich faszinierend, ja. Also wie Sie sagen, es ist rührend, wenn Leute dann das erste Mal wieder wirklich Musik hören. Und es ist natürlich der Anspruch ganz unterschiedlich abhängig, wie im vorher der Zugang zur Musik war. Für manche ist es so wichtig, dass sie wirklich wieder einmal können in ein Konzert gehen, in der Oper besuchen, dass sie einfach wieder Musik hören können oder aber auch wieder selbst Instrumente spielen. Das ist ganz, ganz interessant und das funktioniert dann auch wieder. Also da fließen schon die Tränen wahrscheinlich, oder? Nicht nur bei den Patienten, auch teilweise bei uns herum zu schauen. Na gut, wenn das Ergebnis dann so wunderbar ist, wenn man ein Cochleaimplantat bekommt zum Beispiel und man hört dann wieder. Es gibt auf YouTube viele Videos und das ist schon schön. Ja. Und es ist auch interessant anzuschauen, wie das die Leute annehmen. Ja. Gerade, Sie müssen sich vorstellen, wir haben oft so 70-jährige Männer, wo man sich denkt, ja, der wird da keine Musiktherapie jetzt durchführen. Und da geht er ins Zimmer rein und dann sitzen da die älteren Herrschaften am Xylophon oder an der Trommel und musizieren dann wirklich mit sehr, sehr viel Freude. Und die merken dann auch wieder, wie viel Spaß das macht und wie viel Nutzen sie davon auch haben. Das macht man in der Gruppe oder ist das immer einzeln? Es kann in der Gruppe gemacht werden, aber hauptsächlich machen wir Einzelstunden, ja. Das sind aber auch die räumlichen Voraussetzungen. Das ist, glaube ich, eher die Ursache. Aber eben immer so ein Rehabzentrum. Ich habe viele in Deutschland besucht. Da wird auch sehr viel Gruppentherapie durchgeführt, eben gerade Musiktherapie. Da ist es ja gang und gäbe, dass man nach einer Implantation diese Rehab macht. Und da gibt es viele Einheiten, die man auch in der Gruppe macht, auch gemeinsam musizieren oder eben wie gesagt. Wie schaut dann diese Rehab nach einer Implantation aus? Wird die in Österreich wahrgenommen? Na ja, es ist ja ganz unterschiedlich, wie viel man braucht. Manche setzen einen Sprachprozessor auf, der kommt noch ein, zwei Minuten in die Klinik und dann sieht man ihn immer wieder, weil der ist so happy mit seinem Implantat. Der braucht nichts. Aber dann gibt es viele, die wirklich sich schwer tun einfach. Das sind ältere Menschen, die brauchen einfach länger und die brauchen Unterstützung. Also dann machen wir Sprachtherapie mit unseren Logopäden. Wir versuchen sie auch, damit die Klinik nicht platzt sozusagen, rauszuschicken. Bei niedergelassenen Thorepäuten, die sind spezialisiert, manche auf die Therapie, und eben Musiktherapie und so weiter anzubieten. Aber es ist einfach zu wenig in Österreich. Also da könnte noch viel mehr gemacht werden. Sehr viel, ja. Da seid ihr aber Vorreiter mit dieser Musiktherapie, entdeckt schon einen gewissen Bereich ab? Auf jeden Fall. Ja, aber eben viel zu wenig, ja. Wie viele Patienten pro Jahr sind denn das, die Cochleaimplantate bei euch in St. Pölten bekommen? Wie Wir haben so im Schnitt 100 Patienten, ja, mit den ganz klassischen Cochleaimplantaten und dann zwischen 30 und 50 noch eben mit dieser Bone Bridge, das ist eben diese neue Form von Implantat, oder mit aktiv-Mitlohrimplantaten. Also maximal, was wir jetzt gemacht haben, waren 150 in den letzten Jahren. Das sind doch einige. Kann man da absehen, sind das eher jüngere Menschen, sind das eher ältere Menschen? Wie geht der Trend dahin? Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben natürlich die starke Gruppe von den Kindern, das ist die größte Gruppe. Und dann die zweitgrößte Gruppe sind die 65-70-Jährigen, ja. 65-70, okay. Und das Alter wird eben immer höher, das geht immer weiter nach oben. Wie Sie gesagt haben, ich mache da eben einige Studien dazu, also ich weiß ganz genau, wie die Zahlenverläufe sind. Und die Leute werden auch im Durchschnitt, also die über 65-Jährigen werden immer mehr, ja. Was glauben Sie, das ist unser ältester Patient, der ist derzeit so ein aktiver Patient von uns? Der schon operiert wurde? Ist schon operiert worden, ja. 90? Ja, geht nach, wir haben noch Luft nach oben, ja. Echt? 95? Er ist jetzt 94 und er ist operiert worden mit 92 und 89, ja. Beide Seiten sind bei ihm operiert worden und er ist, ich habe ihn jetzt gerade wieder vor zwei Wochen getroffen, er ist ganz aktiv und also die Zahlen gehen wirklich nach oben, ja. Und da wird auch noch viel mehr gehen. Bis wann operiert man denn? Gibt es da eine Altersgrenze oder schaut man sich individuell an, in welchem Zustand ist der Patient und entscheidet dann? Wir sagen immer, es darf die einstündige Narkose kein Risiko für den Patienten sein oder ein sehr hohes Risiko, weil niemand hat was davon, wenn der dann irgendwelche Folgen schön davontragt. Aber wenn der fit ist, Herz-Kreislauf-mäßig, Organ-mäßig, alles in Ordnung ist, dann kann der auch 90 sein und wir operieren ihn, ja. Toll. Tolle Geschichte. Und der ist jetzt glücklich. Der ist super glücklich. Und sitzt auch bei der Musiktherapie. Der ist eben aus Kärnten der Patient, deswegen ist er nicht regelmäßig bei uns, aber er ist sehr aktiv, ich treffe ihn immer wieder. Es ist auch schlimm, dass man jetzt in einem Bundesland ist, wo sowas gar nicht angeboten wird. Ganz genau, ja. Als 90-Jähriger, auch 94 Jahre, kann man jetzt auch nicht so einfach jede Woche mal schnell nach St. Pölten düsen und das in Anspruch nehmen. Aber er steht mitten im Leben und macht wirklich alltägliches Training mit seinen Enkernlsen mit und die Frau ist zu Hause und also, wie gesagt, der macht tägliches Training, der braucht ja nicht so viel Unterstützung von den Therapeuten. Aber toll, dass das funktioniert. Das heißt, der Trend geht weiter nach oben. Ja. Ab wann beginnt denn der Durchschnittsmensch, der Durchschnittsvorschnittsmann mit Hörversorgung? Es beginnt ja meistens mit dem klassischen Hörapparat. Genau, also so um die 50, sagt man, beginnt die Altersschwerhörigkeit. Die beginnt am Anfang in den hohen Tönen. Die Leute beschreiben das im Hintergrund leer und ganz schlecht hören. Das kennt man sicher. Die Leute sagen, sobald ich im Kaffeehaus bin und das ist hinter mir laut, verstehe ich mein Geüber nicht mehr. Dann sollte man auch rechtzeitig mit Hörgeräten beginnen. Das ist halt dieser Punkt, den zu erkennen. Was ist denn rechtzeitig? Meistens sagt es der Ehepartner, der sagt, du verstehst mich nicht mehr. Vielleicht will man den halt immer verstehen. Das ist der Punkt, ja genau, was die Leute selbst immer noch abstreiten. Ich glaube, jeder kennt die Situation aus dem Privatleben, wo der Frau dem Mann sagt, du, jetzt geh einmal zum Arzt. Und der sagt dann, der Betroffene, ich höre eh noch super. Und auch, wenn man so in der Ordination sitzt und die Leute anschaut, jeder sagt von sich selber, ich höre noch gut genug. Wenn man dann die Kurve anschaut, dann sieht man eigentlich. Also, ich würde schon sagen, dass man ab 50 kann man einmal zum Hain-O-Arzt gehen, sich das anschauen lassen, dass man sich einmal in die Richtung auch anfreunden damit. Man muss ja nicht gleich ein Hörgerät dann verwenden, aber dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt dran, ich schaue einmal, wie schnell geht mein Hörverlust voran. In welchem Zeitraum muss man das beobachten, weil Sie sagen, man schaut mal, wie es sich so entwickelt, also ab 50 einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und was macht man da beim Hain-O-Arzt? Der schaut als erstes, ob die Ohren sauber sind, das ist natürlich Voraussetzung, weil sonst kann er nicht richtig gewertet werden. Dann macht man ein Tonaudiogramm, da macht man Töne, schaut man, wie gut die hören. Und ein Sprachaudiogramm, das heißt, es wird mit Zahlen und Wörtern getestet und dann schaut man, wie gut oder wie viele richtige Wörter er daran sagt und wie viel Prozent diese Hörminderung ist. Und da gibt es dann genaue Richtlinien, ob wann man ein Hörgerät empfiehlt. Okay, also da wirklich den Punkt genau erwischen. Ja. Wenn man da zu lange wartet, was passiert? Zu lange ist eben, wenn es wirklich immer schlechter wird, dann kommt man schon in die Richtung Implantat, in die Indikation. Man tut sich natürlich dann auch schwerer, da geht es auch ums Händeln, wie geht damit um, wie gewöhnt sich das Hirn dann auch daran. Ja, also wenn man vorher auch mit Hörgeräten versorgt ist, ist das für eine Implantation, wenn es sich dann notwendig ist, sicher auch vom Vorteil. Ein großer Punkt ist ja diese Altersdemenz, diese Isolation, man zieht sich zurück, man vereinsamt richtig, weil man nicht mehr mitsprechen kann, weil man nicht mehr Teil des Lebens sein kann. Man kann das aber mit Cochleaimplantaten abfangen. Genau, man kann die Zeit des Auftretens ein bisschen herausverzögern. Also da laufen jetzt auch ganz viele Studien. Wir machen jetzt auch gerade so einen Demenztest, der wird bei allen durchgeführt, die über 65 sind und dann wird das eben nachher noch einmal evaluiert und schauen, ob die wirklich einen Benefit davon haben. Da sind wir jetzt mittendrin. Aber was man schon weiß, ist, dass eben wirklich diese typische Altersdemenz, die kann man ein bisschen hinausverzögern. So wie mit jedem Hirntraining zum Beispiel, was empfohlen wird. Also wenn man wirklich aktiv ist, dann kann man da wirklich was tun. Und je mehr Informationen durch das Hören eben auch ins Gehirn gelangen, umso besser wird das dann stimuliert und umso später tritt dann auch diese Altersdemenz auf. Aber da muss man was tun selber auch. Wann gibt es die Ergebnisse zu dieser Studie? Wir sind noch mitten im Erheben. Also wir haben jetzt schon bei den 30 Patienten, aber es wird sich noch ein Jahr brauchen, ja. Also ein Spezialgebiet haben wir schon gesprochen, die Musiktherapie. Groß in St. Völten geschrieben, was sehr wichtig ist. Ältere Patienten haben wir jetzt auch schon. Auch, ja. Und Bonebridge. Was genau ist das? Weil Sie gesagt haben, das ist etwas Modernes. Ja, das ist relativ neu am Markt sozusagen. Also da war ich auch von den Anfängen mit dabei. 2011 ist in Innsbruck von Professor Sprinzl, der die Leitung in unserer Abteilung hat, ist die erste Bronbütsch eingesetzt worden. Da muss man sich das so vorstellen, also das ist ein Implantat, ja. Da wird der Ton über den Knochen übertragen, ja. Das heißt zum Beispiel Leute, die ein Problem haben, das Adressie, das ist ein zugewachsenes Ohr zum Beispiel, also wo kein Gehörgang angelegt ist. Oder Leute, die sehr, sehr oft voroperiert worden sind an einem Ohr, wo eben die Schallleitung nicht mehr über den natürlichen Weg geht, also über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen, sondern da wird einfach der Ton über den Knochen, da wird das Implantat in das Mastoid, heißt das, eingelegt, und über den Knochen wird das dann übertragen, ja. Funktioniert sehr gut und ist eben wirklich für diese Leute, die viele Voroperationen hatten, ein Segen, weil die kann man sehr, sehr gut damit versorgen. Auch interessant, ja. Sie sind ja auch an der Privatuniversität in Krems tätig, am Klaus-Landsteiner-Institut. Wenn Sie da jetzt vortragen, sind da die zukünftigen HNO-Ärzte, sind die da eher weiblich, männlich? Wie sieht das Auditorium aus? Also, wir betreuen dort die allgemeine HNO für die Medizinstudenten, ja. Also, wir beginnen schon im dritten Jahr und das geht dann bis zum sechsten Jahr weiter, also das sind bei uns in einer Klinik mit Praktika und so weiter. Und man muss sagen, da wird die Medizin weiblich, ja. Das fällt sehr auf, ja. Wirklich? Ich kann es jetzt nicht im Prozent sagen, aber es sind sicher über 70 Prozent sind da weibliche Studentinnen mit dabei, ja. Ist das jetzt speziell auf das Fachgebiet HNO? Nein, nein, das sind allgemeine Medizinstudenten, ja. Und das weiß man, also dass mehr Frauen sind als Männler mittlerweile, ja. Das war vor ein paar einigen Jahrzehnten ganz anders. Ganz anders, trotzdem sage ich immer, in der Führungsposition sind immer noch zu wenig Frauen vertreten. Das ist dann eben die Kehrtwende, obwohl mehr Medizinerinnen am Weg sind, also da ganz rauf schaffen es dann halt, oder beißen sich dann halt nur die Männer irgendwo durch, ja. Also nach wie vor meiner Ansicht nach zu wenig weibliches Führung. Woran liegt das, glauben Sie? Ja, sicherlich auch, dass man sehr viel Zeit investieren muss, man muss da dran sein und da steht halt dann meistens doch der Weg, Familie, Richtung, kann schon ein Hindernis sein, ja. Also man muss sich da schon ein bisschen so eine Ausbildung absolviert und durchmacht und reinbeißen und da ist oft schon sehr die Familie, glaube ich, auch mit dem Thema, ja. Jetzt ist es ja so, wir haben das eh vorhin schon angesprochen, ein bisschen die Aktivierung dieses Cochlea-Implantats, um nochmal zurückzukommen auf Ihr Spezialgebiet, ja, weil wir doch heute über das Hören reden. Jetzt ist die Aktivierung vonstatten gegangen, man aktiviert dieses Cochlea-Implantat. Machen Sie das? Wie funktioniert das? Für alle, die das jetzt interessiert, wie funktioniert das und bei wie vielen Menschen ist es so, dass es gleich funktioniert, dass man gleich alles versteht oder viel versteht? Da muss gleich, dazu sagen, ganz, ganz wenige, ja. Die gibt es. Ich kläre meine Patienten aber immer in die Richtung auf, dass es nicht beim ersten Mal so ist, weil jeder geht mit so einer Erwartung rein, ja. Und ich sage immer, man muss. Man hofft halt, ja. Man hofft und dann ist man das erste Mal enttäuscht, wenn man sagt, okay, man hört nur Töne, ganz komisch. Es gibt, ich sage immer, es sind ganz, ganz wenige, aber die gibt es, ja. Ansonsten, bei uns machen es die Logopäden, die drehen dann das erste Mal auf, ja. Man beginnt natürlich langsam, dass man da nicht überfordert ist und die Leute erklären immer, man kann so den Klang eines Satzes mit wahrnehmen, ja. Man kann dann wirklich sagen, es spricht jemand, aber noch nicht verstehen, ja. Ganz interessant ist zum Beispiel, es gibt ja die Fälle, wenn jemand ganz kurze Zeit erst ertaupt ist, ja. Und dann dreht man auf, also das sind wirklich rührende Momente, die verstehen oft sehr, sehr schnell. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand auf einer Seite schon vorbestehend taub ist und dann hat auf der zweiten Seite einen Hörsturz zum Beispiel. Und die operieren, der ist dann plötzlich von einem Tag auf den anderen völlig von der Welt ausgeschalten, sozusagen. Und die implantieren wir sehr rasch, ja. Also normalerweise wartet man so sechs bis neun Monate nach einem Hörsturz, das ist frühestmöglich. Aber eben bei solchen Patienten operieren wir sehr schnell und da ist es dann wirklich, also die hören dann auch gleich relativ schnell und das sind auch so rührende Momente, wo man sagt, Wahnsinn, ja. Immer noch, nach all den Jahren. Ja, absolut. Also, das muss man sich anschauen, das ist wirklich faszinierend dann, ja. Hörsturz ist ein großes Thema, was ich jetzt merke bei den letzten Gästen bei uns. Hörsturz ist immer wieder ein Thema oder Tinnitus. Ist das jetzt mehr oder einfach, wenn wir uns öfter darüber unterhalten und Awareness machen? Ja, ich glaube, es wird schon mehr kontrolliert auch, ja. Also, man beschäftigt sich auch mehr und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir diesen Hörsturz versorgen, ja. Mit dem Implantat, das ist auch nicht so lange schon, ja. Gerade was die einseitige Ertaubung betrifft, das macht man erst so seit 2018 die ersten Publikationen, also das erste Mal publiziert worden und wie kann ich mich erinnern, wir haben in Innsbruck begonnen, so 2010 haben wir dann die ersten einseitig Ertaubten operiert, die mussten damals noch ein Tinnitus haben, weil man gesagt hat, okay, der Tinnitus ist sozusagen der Phantomschmerz vom Hörverlust, also das Gehör ist weg. Es gehört irgendwie zusammen? Irgendwie bei diesen Patienten schon, ja. Das Gehör ist weg, der Tinnitus kommt und die konnte man sehr gut auch behandeln, man konnte dann den Patienten sagen, es kann sein, dass der Tinnitus weg ist und dann langsam beginnt das Gehör wieder, ja. Und da ist man sicher sensibler geworden in letzter Zeit, denke ich auch, ja. Es häuft sich irgendwie, man hört es auch so, wenn man sich umhört, Hörsturz, Tinnitus, also es beginnt langsam. Genau, und man kann, am Anfang gibt man da Therapie mit Cortison zum Beispiel, aber ich glaube, früher hat man schon gesagt, ja, das ist jetzt so, da kann man nichts machen, jetzt sag mal, du geh einmal in die Hörstörungsambulanz und lass dich einmal beraten, vielleicht kann man ja etwas tun, ja. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ja. Und da kommen Sie dann zum Zug? Ja, da bin dann ich und, ja genau, mit meinen Kollegen, natürlich. Was macht den Beruf zur Berufung? Warum ist das so faszinierend? Sind es die Emotionen, die Erfolgserlebnisse? Also, ich glaube, das ist ganz was Tolles, was man machen kann, oder? Also gerade, man kann Menschen helfen, man kann ihnen wirklich helfen, oder? Also, ich kann Leute unterstützen, wenn sie krank sind und eben, wie gesagt, ich kann ihnen ein Sinnesorgan wieder zurückgeben, und das ist einfach, also sicherlich das Schönste in meinem Beruf, ja. Ansonsten, ich glaube, wenn man Arzt ist, ist man Leib und Seele Arzt, und das ist irgendwie das ganze Leben richtet sich auch danach, ja. Man geht nicht aus der Klinik raus und schaltet ab, also das gibt es bei uns nicht, ja. Also man weiß, wie es den Patienten geht, man ist interessiert daran, also das ist mit dabei, und ich glaube, das ist jeder, von meinen Kollegen arbeiten da gleich, also, dass man einfach wirklich, wie gesagt, Leib und Seele muss dabei sein, ja. Das Herz ist voll dabei, ja. Man merkt schon, dass sie auch einen Bezug zu den Patienten haben, dass das nicht mit der OP abgeschlossen ist. Ja, da sind wir sehr, man ist schon sehr interessiert, ja. Sehr schön, ja. Wenn man nachher sieht, ja, natürlich, das ist die Arbeit, die man geleistet hat, ja. Und für uns ist es ja dann schon auch ganz normal, ja, und es ist Routine, und man denkt, es ist ja nichts dabei, ja, man geht in die OP, operiert, ja, und dann wird es dann einem wieder bewusst, ja. Also, wenn die Leute kommen und dankbar sind, das Danke hört man eh immer weniger von Gewissen, ja, deswegen, da freut man sich schon sehr, ja, wenn die dann einfach sagen, danke, dass es so gut funktioniert hat, ja. Aber die Patienten bedanken sich schon, oder? Ja, ja, ja. Ja, es gibt solche und solche, muss man auch wissen. Also, Sie wünschen sich schon, dass die Patienten dann vorbeikommen und ein Feedback geben? Ja, natürlich, ja. Man ist ja auch bemüht, ja, man behandelt ihn ja auch nicht wie jetzt irgendeiner mit einem Punkt, ja, der wird aboperiert, sondern man geht ja auch hin, ich stelle mir auch vor bei meinem Patienten, dass er weiß, von wem wird er behandelt, und danach komme ich vorbei, und ich denke, immer fühlt man sich auch als Patient wohler, ja, wenn ich weiß, wie wird er jetzt schlafen gelegt und wer werkt dann wieder herum, ja. Ja, ja. Also, dieses Patienten-Arzt-Verhältnis? Ist ja auch ganz wichtig, ja. Also, auch nach Jahren darf man kommen und sagen, wie es einem geht. Ja, sehr gerne, ja, sehr gerne. Nicht nur bei der Musik, wenn es einem gut geht, ja. Ja, wenn es einem gut geht. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen jetzt in Bezug auf Hörversorgung, Cochlea-Implantate? Es sind mehr Männer, die Älteren vor allem, was mir auffällt, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht durch den Beruf vielleicht früher, dass dadurch einfach mehr… Wobei die Frauen ja länger leben. Die leben länger, ja, das stimmt, ja. Wie gesagt, ganz genau, könnte ich das jetzt nicht erklären, weil ich denke, dass eben viele im Lärm gearbeitet haben früher, den Lärmschutz hat es noch nicht gegeben, ja. Also, da fällt man schon auf, ja. Und wirklich den Unterschied, es gibt solche und solche, ja. Es gibt motivierte Männer, es gibt motivierte Frauen und es gibt solche, die sich mehr motivieren lassen, Männer wie Frauen. Also, da würde ich jetzt so keinen Unterschied bewusst jetzt bemerkt haben, ja. Bei Kindern ist es ja auch ein Thema, oft werden sie auch taub geboren, werden ja schon nach einem Jahr operiert, also ziemlich rasch und die Erfolgsergebnisse sind natürlich toll. Das ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Deswegen sind wir auch sehr dahinter, dass wir da wirklich jedes Kind abfangen, ja. Dass man es rechtzeitig diagnostiziert, ja. Mit diesem neu geborenen Screening geht das ja jetzt ganz gut. Ganz genau, ja. Es gibt immer wieder welche, die durchschlupfen irgendwie, ja. Also, da muss man dahinter sein und man kann ja dann auch im Laufe der Zeit auch noch schwerhörig werden bzw. ertauben und das ist eben so, dieses Screening sollte eigentlich noch ein bisschen länger fortgesetzt werden, ja. Wie lange meinen Sie, weil es in der Volksschule, in der Kindergartenvolkschule gibt es ja eh noch diese Tests? Genau, ja. Also, dass man das wirklich die ersten fünf, sechs Jahre weiterverfolgt, ja. Es ist ja dann oft so, dass es dann erst wieder den Lehrern auffällt und sagen, schauen Sie irgendwie, das Kind bekommt nicht alles mit oder vielleicht ist da ein Hörproblem und dann wird es erst aktiv wieder zum HNO-Arzt geschickt, ja. Und man muss natürlich sagen, auch für die Eltern ist das am Anfang natürlich auch eine schwere Diagnose, ja. Und da wird auch oft so ein bisschen negiert, ja, ach, das geht schon und das kann nicht sein und natürlich hört das Kind und es reagiert, wenn es Töne hört und so weiter und dann sagt ja irgendeiner Bekannte, nein, das kann nicht sein und dann hört man natürlich das, was man hören will und nicht so, wie die Realität ausschaut. Und dann muss man wirklich auch die Eltern unterstützen und auch dranbleiben, ja. Dass sie ja immer wieder kommen, dass man kontrolliert und natürlich am Anfang sagt man, ich will jetzt nicht, dass mein Kind ein Hörgerät hat und wie schaut das aus und das wird stigmatisiert in der Schule, aber dass man dem Kind eigentlich das Leben dann so ganz normal, so normal wie möglich zu leben ermöglicht, das muss man natürlich auch daran denken, ja. Und die Zukunft des Kindes ist eine ganz andere, wenn man eben hörversorgt ist, weil die Möglichkeiten einfach mehr werden, oder? Ja, absolut, ja. Also von der Ausbildung bis zum Job? Ja, das ist, wie gesagt, wenn ein Kind rechtzeitig operiert wird und versorgt wird, das merkt man gar nicht, dass das Hörimplantate hat, also da steht das komplette Ausbildungsweg offen, also das ist, die sind nicht eingeschränkt, ja. Das ist ja ganz lustig, wir haben einige Zwillingspaare, aber ein Zwilling ist normalhörend und der andere ist taub auf die Welt gekommen und wenn man sich so die Entwicklung anschaut, ja, da sieht man oft eben, dass die Kinder mit CI schneller in die Sprachentwicklung kommen, natürlich auch, weil sie Förderungen bekommen und Training, aber es ist ganz lustig anzuschauen, ja, man weiß dann wirklich gar nicht mehr, wer ist jetzt von den beiden jetzt das hörgeschädigte Kind oder das versorgte Kind und wer ist das gesunde Kind sozusagen. Da sieht man es wirklich optimal, bei vielen Kindern. Ja, das ist ganz interessant, ja. Weil Sie sagen, emotional, was ist denn so die Geschichte, die Ihnen am meisten in Erinnerung ist, wo Sie sagen, das hat mich emotional wirklich stark mitgenommen? Also mitgenommen hat mich eine Familie, wo eben die Mutter sehr schwer hörend ist, der Vater gehörlos, also die gebärden auch. Die Mutter hat sich dann mit Cochleaimplantaten versorgen lassen, weil sie ihre Kinder nicht mehr gehört hat und beide Kinder taub sind und wir sind nach wie vor dran, sie zu überzeugen, dass sie sich operieren lässt, aber wir haben keine Möglichkeit, die Familie zu überzeugen, weil sie sagen, die werden gebären und so wird der Kontakt zwischen den Eltern und dem, also Vater und Kind nicht verloren gehen, ja. Das ist so, hat man, kann man nichts machen, ja, also das ist die Entscheidung von den Eltern, aber wo ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich schon, die Kinder wären beide für eine Implantation geeignet und sie bekommen eigentlich nicht die Einwilligung von den Eltern dazu sozusagen, ja. Wie alt sind die jetzt? Eines wäre in der besten Zeit zum Versorgen, also ein Jahr und der andere ist eh schon, drei Jahre ist eh schon sehr spät eigentlich, ja, also, aber es ist eindeutig und ja, man hat da keine Chance, ja. Ich habe wirklich viel investiert und versucht, die Mutter und den Papa zu überzeugen und also, es ist unmöglich, ja, bis jetzt, aber wir sind noch dran, also. Das ist schon etwas, was dann in einem drinnen steckt, wo man es gerne ändern würde, gell? Ich merke richtig, dass das so ein Punkt ist, so ein Wunderpunkt. Ja, ja. Dafür gibt es noch eine Parallelgeschichte dazu, weil das ist jetzt ganz kurz. Da ist die Mama mit dem Baby gekommen, wegen dem Hörgerätes, neu geborenen Screenings zur Abklärung und ja, das Baby ist taub, das war aber ganz frisch, drei Monate und da war die Tante mit und eben die Mama und das Baby und ich schaue dann irgendwie so, die Mama, die war so still und da hat nur die Tante gesprochen, ja und dann habe ich ihm gesagt, was da los ist, ja, da hat sie ihm gesagt, ja, meine Schwester, die sind aus der Türkei, also die Familie, die sind aber schon hier aufgewachsen, sprechen eigentlich Deutsch sehr gut und ich habe gesagt, ja, die Schwester war, also die Mutter vom Baby war halt immer schwerhörig, ja und die hat eigentlich nie so wirklich, also die hat ganz schwer gesprochen, man sieht das ja, diese verwaschene Sprache, ja und da hat sich eigentlich niemand so wirklich interessiert, wie gesagt, es war früher auch nicht so üblich mit den Implantaten und dann habe ich gesagt, jetzt hört er es sofort, ja, gleichzeitig mit dem Kind abgeklärt und die Mama war dann wirklich hochgradig schwerhörig, also hat die Hörgeräte gar nicht mehr nutzen können und die haben jetzt schon implantiert, ja und die spricht jetzt schon wieder ganz schön, ja, also sie ist jetzt noch vor ihrem Baby versorgt worden, also das ist jetzt, glaube ich, sechs Monate, das wird jetzt in nächster Zeit versorgt und sie hat so schnell dazugelernt und das ist schon sehr schön, wenn man das sieht. Blüht auch wahrscheinlich, oder? Ja, klar, ja. Ist wieder offen fürs Leben. Und man hat mit ihr sprechen können, also sie unterhalten, vorher war immer die Schwester von ihr mit und das ist überhaupt nichts und natürlich jetzt mit den Masken, da kann man ja sehr schwer Lippen lesen, das ist auch schwierig und die ist jetzt ganz glücklich, ja. Also es gibt solche und solche Geschichten, aber das ist halt wirklich schön, aber weil Sie sagen, die Eltern sind meistens taub, sind die Kinder dann auch oft? Muss nicht unbedingt sein, es kann sein, aber es muss nicht sein, ja. Okay, war jetzt bei diesen zwei Geschichten irgendwie sehr ähnlich, ja. Wann soll ich denn zur Vorsorge? Sie haben gesagt, ab 50 sollte man mal beginnen, das macht man halt nicht, also es funktioniert eh das Ohr und dann geht man wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, ja. Warum, warum sind wir so, warum ticken wir so? Ja, ich glaube, da ist man erst mal einfach nachlässig, ja, man geht ja auch zu den jährlichen Kontrollen, die man gehen sollte, überhaupt zu den Ärzten, oder ist mir auch so, oder? Dann sind wieder zwei Jahre vergangen und das sollte ich machen, man muss sich da halt auch wirklich an der Nasenspitze nehmen. Bei der Brille, wenn man nichts sieht, ist man ein bisschen schneller, da greift man dann doch schnell zur Brille und sieht besser. Aber wenn man immer gut sieht, geht man auch nicht vorsorglich zum Augenarzt eigentlich, oder? Sondern auch erst, wenn man merkt irgendwie, hoppala. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, das Straßenschild kann ich dann eigentlich doch nicht mehr lesen, wo ich bin, ja. Oder die Waschettikette kann man nicht mehr lesen, das wird sicher am Licht liegen. Ja, genau. Da sind wir noch weit entfernt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir, dass die Entwicklung Richtung Hörimplantate natürlich weitergeht, es wird noch sehr viel geforscht, ja. Sie sind ja in engem Zusammenhang mit Mireille. Genau, ja, das wird natürlich immer kleiner und von den Technischen wird es immer besser ausgestattet, dann warten wir natürlich auch, aber vielleicht gibt es irgendwann einmal vollimplantierbares, dass man außen nichts mehr sieht, ja. Und natürlich, dass es auch von der Finanzierung für uns auch so möglich ist, dass man es sich nicht selbst kaufen muss, ja. Sondern, dass man das staatlich unterstützt auch bekommt, ja. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass das so bleibt, ja. Ja. Und ja, dass die Leute auch umsichtig mit dem Gehör umgehen, ja. Muss man auch sagen, ja. Also, dass man vielleicht auch ein bisschen in sich geht und überlegt, was tue ich für mein Gehör? Habe ich die ganze Zeit Kopfhörer? Höre ich laute Musik? Gönne ich mir einmal Zeit für ein bisschen Ruhe, auch zwischendrin, also, dass man da auch auf sich aufpasst, ja. Diese Balance zwischen Lautstärke und auch einmal ein Spaziergang durch den leisen Wald. Genau, ja. Sie meinen, dass man da ein bisschen aufpassen muss? Ganz genau, ja. Und dass es auch bewusster ist, was man eigentlich hat, ja, wenn man zwei gesunde Ohren hat, ja. Das auch wertschätzt und darauf schaut. Was kann man noch für Tipps, was haben Sie noch für Tipps, was kann man noch machen? Ja, gesunder Lebensstil wird immer geraten, das wissen wir ja alle, nicht nur fürs Hören, aber trifft hier auch zu, ja. Und wie gesagt, also nicht, Sie können den ganzen Tag irgendwelche iPods in Lautstärke hören, auch wenn man irgendwo hingeht, dass man nicht ewig lang lauten Geräuschen ausgesetzt ist. Bei Konzerten direkt neben der großen Lautsprecherbox stehen. Wenn man das einmal macht, wird das ja kein Problem sein, aber wenn man sowas regelmäßig betreibt, ja, dann sollte man da schon ein bisschen aufpassen und, ja, wie gesagt, und regelmäßig sich einmal untersuchen lassen. Und wie gesagt, den älteren Menschen empfehle ich wirklich, dass sie sich einmal informieren, was geht, was kann ich tun, also man kann da sehr, sehr viel Lebensqualität verbessern. Ich höre halt von den Alten dann immer, ja mein Gott, bin ich eh schon so alt, was soll mir das jetzt noch helfen, was bringt mir denn das jetzt noch? Also, das ist ganz ein klares Argument, das Alter ist es also nicht, ja. Also, wenn man fit ist und mitten im Leben steht, egal, ob jetzt 70 oder 90, auf jeden Fall in die Richtung gehen, sie einmal informieren zumindest, und es bringt wirklich was. Es ist Lebensqualität, die Isolation fällt weg und also man ist einfach wieder fitter und aktiver und kann man wieder am Leben teilhaben. Ganz genau, ja. Und das ist das Wichtige, dass einfach sich bei einem Check melden, ich weiß nicht, MkH oder St. Bölken, Innsbruck, überall möglich. Ganz genau, ja. Danke für Ihren Einsatz. Schöne Geschichten, die Sie erzählt haben, vielen Dank, bitte weitermachen und ich hoffe, dass die Rehabilitation in Österreich vielleicht vorwärts schreitet und dass das ein bisschen besser auch in den anderen Bundesländern, nicht nur bei euch, die Musiktherapie stattfindet. Dr. Astrid Magele, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön für das Stückchen Lebensqualität, das Sie vielen, vielen Patienten wieder zurückgeben. Danke sehr. Ihnen danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Wiedersehen. Zum Schluss, Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Besonders berührende Momente sind für mich sicher immer mit Musik verbunden, also ein großes Orchester mit Streichern, Bläsern, Sängern, das vielleicht in einer Kirche, das ist wunderschön. Das bringt Gänsehaut. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Seien Sie umsichtig, schauen Sie sich auch in Ihren Bekanntenkreis um. Gibt es da jemanden, den man vielleicht schicken kann zu uns in die Ambulanz, dass man das einmal abklären kann, man jemandem helfen und passen Sie auch auf Ihre Ohren auf. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Wäre bestimmt anders verlaufen, aber in der heutigen Zeit, muss man sagen, auch mit Hörimplantaten kann man ganz ein normales Leben führen. Also wenn es die Möglichkeit damals für mich gegeben hatte, wer weiß, vielleicht wäre ich auch trotzdem Ärztin geworden. Vorher Lausende Vorher Lausende Euer Behörden